Eine Postkarte schreiben Hier im Video sehen wir uns eine typische Prüfungsaufgabe an. Sie heißt eine Postkarte schreiben. Sehen wir uns zuerst die Postkarte an. Links wird der Text geschrieben, rechts die Adresse. Die Prüfungsaufgabe lautet Du bist im Urlaub und schreibst deinem Freund, deiner Freundin eine Postkarte. Schreib, jetzt kommen die einzelnen Themen. Wie geht es dir? Wo bist du? Mit wem reist du? Wie ist das Wetter? Was machst du? Wie ist es? Nun schreiben wir den Text. Hallo Lisa, wie geht es dir? Ich bin seit einer Woche am Strand in Mexiko. Zusammen mit meiner Freundin Anna genießen wir das wunderbare Wetter und den Strand. Es ist super schön. Eigentlich haben wir noch nicht so viel besichtigt, weil das Meer wunderschön ist. Viele Grüße, Lena Achtung, ich habe einen kleinen Fehler eingebaut. Findet ihr ihn? Wo ist er? Nun schreiben wir den Text. Hallo Lisa, wie geht es dir? Ich bin seit einer Woche am Strand in Mexiko. Zusammen mit meiner Freundin Anna genießen wir das wunderbare Wetter und den Strand. Es ist super schön. Eigentlich haben wir noch nicht so viel besichtigt, weil das Meer wunderschön ist. Viele Grüße, Lena Und zum Schluss die Adresse. Nicht vergessen. Lena Müller, Bergstraße 2, 80.000 München, Deutschland Viele von euch haben nachgefragt, oh ich möchte bitte einen Brief schreiben oder eine Postkarte. Jaja, jetzt habt ihr die Chance. Schreibt das einfach unten in die Kommentare und ich kann das Ganze korrigieren. Bis bald. auf Verschternet 0 0 10 0 0 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020